Und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft Monsters. Wir machen direkt weiter, da wo wir aufgehört haben, mit der 156. Folge. Nein, nicht. Das ist eigentlich schon ziemlich vieles. Ich hab am Anfang wirklich nicht gedacht, dass das Projekt so lange geht. Aber es ist mal so lange. Deshalb, äh... 11. 12. So, den einen haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch... MV plus das. Ja, okay. Advanced. Battery. Electronic Circuit. Gut. Dann das Ding. Oh, da brauchen wir auch nochmal ein Diamant für. Ja, okay. Das haben wir ja. Zum Glück. So, jetzt muss ich noch kurz gucken, wie man diesen Re-Inforced Stone bekommt. Äh... Re-In... 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 Re-Inforced Stone. Hallo? Nein, das war die falsche Seite. Ich hätte gerne hier... Re-In... Re-In... Re-Inforced... 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 die stone so text long time baut es long as a mean ah hier brauchen stone und advanced alloy ok nein das steht bevor science 1 6 was am i make cf powder put into canning machine on flute each mode putting water on the left side and cf powder in the middle and then put a cl so next line is constructed to get okay das machen wir nicht wir holen uns nicht so schwierig oder brauchen cf powder also wir machen erstmal alles andere und danach gucke ich halt geht das noch so da haben wir unser schönes zeug das dabei weg damit mit dem zeug holen wir uns mal ein bisschen von unten zack 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 ich glaube das war etwas zu viel egal schlafen gehen schön schlafen so ähm mfe genau mfe haben wir hier mfsu war der größte gut mfe wir haben kein redstone können uns auch im moment nichts machen also holen wir uns redstone und zwar und zwar ach hier kann ich schon mein zeug hinpacken ich muss gerade nicht brauchen so redstone da gib mir redstone 55 gut müsste hinhauen so vier ach nein wir brauchen ja nur drei dün 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 so zack 40 davon davon was falsche seite das kommt da rein so ab nach oben kompressor kompressor läuft das kommt raus da kommt was neues rein so die teile haben wir jetzt schon mal das kommt als nächstes gold cable und basic machine das können wir auch schon mal bauen iron das teil wir haben hier oben sogar noch ein brauchen wir also nicht direkt bauen das kommt direkt da rein so basic machine chasing casing keine ahnung und zweifach isolierte gold kabel gold cable haben wir müssen wir nur noch zweifach isolieren eins zwei hallo so zack zweifach isoliert rein damit dir kommt hier boah es ist einfach zu wenig platz den ich hier habe das ist einfach zu wenig platz den ich kann es gar nicht glauben hm 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 quantumlast so brauche ich hier quantumlast ähm zweifach isoliertes gold kommt ich brauche das zeug nicht so seid ihr jetzt fertig da ist der eine gib mir mal kurz das teil und tu das hier rein damit du dich etwas beeilen kannst das gecrushte ohr kann auch weg das kann da rein das kann ich mitnehmen und hier rein tun so so ich brauche auf jeden fall noch etwas mehr hm von dem zeug hier draußen auf jeden fall denn das wird ziemlich viel werden so hier ist nichts da oben ist was hier ist auch was so lauf zurück schneller schneller schön so der müsste fertig sein schön eins zwei drei hallo drei vier 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 MFE super schön so HV-Transformer schön Basic Machine Casing haben wir hier noch irgendwo genügend wir brauchen zwei davon zwei Basic Machine ok es passt genau und vier sind übrig geblieben wieso nehme ich 18 so und zack und weg damit und einmal rund was haben wir haben wir Sand noch drinnen nein ähm so ach so Basic Machine Casing 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 und zweifach nein Kupferkabel einfach nur war das Kupferkabel hatte ich da schön eins zwei zack hallo achso das ist natürlich dumm gewesen kann ich die stecken nein kann ich natürlich nicht so Teleporter ja drei stück brauchen wir davon es sind 16 Advanced Electronic Circuits 16 Circuits sind das ok als erstes brauchen wir 16 von diesen Iron Tile Iron hab ich das irgendwo weg geworfen oder wieso hab ich es jetzt nicht mit dabei nein ich hab's oben ich hab's hier hin getan glaube ich ja Block of Iron Aluminium Silber Gold Bronze Gold Bronze hm und zwei so nein zack 16 Stück das Ding wieder zurück das Ding wieder zurück so dann brauchen wir 32 redstone da haben wir 40 kann ich 8 von abknipsen haben wir da genügend für dann du kommst da rein so ich bin gerade mal wieder im Hochleistungsmodus und wir brauchen 32 mal 3 sind 64 sind 96 96 kupfer also 32 kupferingots das ist das ist es